die Unwettergefahr ist dann jetzt doch vorbei und dann kommt doch bald wieder deutlich freundlicheres Wetter zurück nach Deutschland und gibt es dann doch jetzt bald anstatt den Eisheiligen, Heißheiligen oder Heißheilige. Ja, das schauen wir uns in diesem Video jetzt ein bisschen genauer an und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter zur morgendlichen Wetterversage und wir schauen uns das alles jetzt in den nächsten Tagen mal an und vor allem jetzt in diesem Video. Legen wir direkt los, schauen wir mal auf das Wetter heute und dann haben wir noch ein paar Schauer, vielleicht hier im Südwesten den ein oder anderen Schauer, der mal mit dabei ist, sonst haben wir in einer großen Mitte dann in der großen Mitte auch mal hier und da noch mal ein bisschen leichten Regen. An den Alpen kann der Regen auch mal ein bisschen kräftiger ausfallen, aber das wird nichts wirklich Großes werden. Die Temperaturen in zwei Metern Höhe sehen wie folgt aus und dann hätten wir meist Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Hier im Südosten wird es wohl am wärmsten werden und hier im Nordwesten ebenfalls am wärmsten werden mit bis zu vielleicht 19 Grad auch mal, die hier möglich sind, aber das wird es dann schon gewesen sein, so wie hier am Oberrhein. Hier würden wir auch mal vielleicht Werte eventuell bis zu 20 Grad bekommen. Gehen wir weiter, schauen wir auf den morgigen Mittwoch und dann haben wir hier im Südosten ein bisschen Regen, sonst wird es doch verbreitet trocken bleiben, vielleicht hier im äußersten Südwesten der ein oder andere Schauer doch möglich, also sonst wird es ein sehr sehr sonniger Tag werden und vor allem hier über der Mitte würde dann doch hier und da mal die Sonne rauskommen. Schauen wir dann auf die Temperaturen und die würden dann am Oberrhein bei bis zu 20 Grad liegen. Hier würden wir dann die höchsten Temperaturen bekommen, sonst bekommen wir in der Nordhälfte Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad. So, gehen wir weiter, schauen wir auf den Donnerstag. Das wird doch ein schöner Tag werden mit viel Sonnenschein, der uns dann erwarten wird und also das wird wirklich ein sehr sehr schöner Tag werden, wie gesagt mit sehr sehr viel Sonnenschein und sehr sehr wenig Regen. Das wird ein Tag mit sehr sehr wechselnder Bewölkung werden und dann kommen die Hochdruckgebiete langsam auch wieder ein bisschen näher. Ja, schauen wir auf die Temperaturen am Donnerstag und die würden dann bei Werten von 16 bis 18 Grad liegen, in den Mittelgebirgen bei 13 bis 17 Grad, sonst wird es dabei auch noch sehr sehr warm werden. Vielleicht bekommen wir hier und da mal die 20 oder 21 Grad Marke, wie man hier im Norden sieht. Hier wird die 20 Grad Marke durchaus antendiert, ebenfalls wird die 20 Grad Marke antendiert hier am Oberrhein. Gehen wir weiter, schauen wir auf die Wetterlage am 13.05 und da könnte dann eventuell warme Luft zu uns nach Deutschland strömen mit sehr sehr warmen Temperaturen in 1500 Metern Höhe und dazu hätten wir dann einen Hoch nach jetzigem Stand, dass das Ganze dann wohl blocken würde. Also das könnte dann sehr sehr warme, ja hier eisheilige bzw. heißheilige werden. Blicken wir jetzt auf die Temperaturabweichung und da sehen wir dann doch, dass wir ein Cluster haben mit deutlich zu warmen Temperaturen. Hier mit dem W gekennzeichnet, hier auf dem Atlantik, über Portugal und Spanien, über Frankreich. Und dann haben wir auch noch einen Cluster, wo es dann doch deutlich zu kalt werden würde. Hier vor allem Richtung Polen, Russland, vielleicht auch noch Tschechien mit drin, mit wie gesagt deutlich zu kalten Temperaturen. Und dann wäre das die Folge mit Werten in 1500 Metern Höhe zwischen 11 und 14 Grad, die wir dann erreichen würden. Am wärmsten würde es dann vor allem hier am Alpenrand werden mit Werten bis zu 14, eventuell sogar 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Aber die Wärme, die würde dann doch langsam wieder zuschlagen und die Eisheiligen würden dann wohl nicht so richtig in Fahrt kommen. Mit nicht so warmen Temperaturen, mit so kalten Temperaturen, wie wir es eigentlich von den letzten Jahren von den Eisheiligen doch gewohnt sind. Dazu würde es dann auch vom Westen her langsam wieder schwüler werden. Dann hätten wir hier ein paar kräftige Schauer und Gewitter. Und vom Westen würde dann nochmal ein zweiter Schub etwas kräftigerer Schauer nachkommen. Das Ganze würde nach jetzigem Stand weiter nach Osten wandern. Ist aber noch sehr, sehr viel Zeit hin. Also da müssen wir dann in den nächsten Videos noch ein bisschen genauer drauf schauen. Dazu würde dann auch in Frankreich die Luftmassenenergie wieder ansteigen. Da hätten wir dann hier doch ansteigende Cape-Werte, vor allem Richtung Frankreich, Belgien. Also generell Richtung den Benelux-Ländern würden die Temperaturen oder die Cape-Werte dann doch wieder deutlich ansteigen. Schauen wir noch auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe, die uns erreichen würden am 13.05. nach dem EZMWF-Modell, nach jetzigem Stand. Und da würden wir dann doch Temperaturen von 20 bis 27 Grad verbreitet bei uns in Deutschland bekommen. Vor allem die wärmsten Temperaturen hier einmal entlang des Rheins. Zusätzlich noch einmal hier im Norden. Und generell vielleicht hier im Südwesten, wo es dann doch nach jetzigem Stand wohl am wärmsten werden würde. Und dazu würde die Schwüle dann so circa ab dem 13.05. mittags, nachmittags wohl auch wieder deutlich zunehmen. Und dann würden wir wieder ein sehr, sehr schwüles Wetter mit eventuell wieder kräftigeren Gewissern bekommen. Aber die Unwettergefahr ist jetzt vor allem erstmal vor eine Woche doch vorbei. Zum Schluss schauen wir uns noch auf die Niederschlagsmengen. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut, dass wir die höchsten Niederschlagsmengen hier einmal im Süden haben. Aber auch im Süden haben wir ein paar Hotspots. Im Norden würde fast gar nichts runterkommen an Niederschlägen. Aber wie gesagt, die Niederschlags-Hotspots vor allem hier an den Alpen würde viel runterkommen. Dann hier einmal vom Erzgebirge ausgehend bis in den Thüringer Wald und bis nach Thüringen rein. Und dann noch einmal das ganze westlich von Deutschland würde hier nochmal viel Regen bringen. Und wie gesagt, im Norden würde nichts runterkommen. Da sehen wir dann doch hier eine scharfe Wettergrenze, die dann dazwischen liegt, wo dann im Norden eher der Hochdruck liegt und im Süden und Südwesten eher dann der Tiefdruck. Das war's mit diesem Update. Mittlerweile haben wir die 1500 Abonnenten überschritten. Dafür bedanke ich mich auch sehr. Die 1500 Abonnenten haben wir gestern im Livestream geknackt. Ich war gestern knapp drei Stunden live. Und ihr könnt euch den Livestream auch nochmal als Wiederholung anschauen. Würde mich unfassbar freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Update wieder. Macht's gut, wir sehen uns, haut rein. Bis dann und ciao.